Wir malen ein Monster. Das ist der Kopf. Eins, zwei, drei. Das sind die Augen. Das ist die Nase. Das ist der Mund. Eins, zwei, drei, vier. Das sind die Ohren. Das ist der Bauch. Das ist der Bauchnabel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind die Arme. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind die Hände. Das Monster hat zwei Beine. Und zwei Füße. Und an jedem Fuß drei Zehen. Der Kopf ist grün. Die Augen sind gelb. Die Nase ist schwarz. Die Ohren sind orange. Der Bauch ist lila. Die Arme und die Hände sind rosa. Die Beine und die Füße sind blau. Der Mund ist rot und die Zähne sind weiß. Nachts ist das Monster grau. Nur die Augen leuchten im Dunkeln. Im Gedanken. Im Gedanken. Im Gedanken. Die Vorermрист Heaven. Bis zum nächsten Mal.